Servus Leute! Yeah! Dance! Willkommen zurück zu Megamen Zero 3! Indie funktioniert manchmal mein Steuerkreuz nicht. Wenn das so weitergeht, muss ich den... Nein! Muss ich den Controller umstecken. Ich weiß nicht, was das macht, also dieser Handzug hier. Moment. Ignoriert Crumbling Terrain. Was Crumbling? Was ist ein Crumbling? Ich weiß das jetzt gerade nicht. Naja. Dumm. Verzieh dich! So, ich hack dir die Beine ab. Nein! Ja, ja! So, komm ich gleich so. Oh! Meins! Vielleicht hört man mein Controller, ist das dann selbst drin. Ja, müsst ihr damit überlegen, sorry. So! Ne, ihr nicht! Geht's! Wow! So Leute, da bin ich wieder zurück. Es geht hier weiter bei Megamen Zero 3! Drei! Und ich lass mich abballern. Von irgendwelchen bösen Maschinen. Lass mich von Robotern glatt machen. Schließband. Schließband. Bäh! Ne, natürlich ihr wieder. Meine Lieblingsgegner. Geil! Hm. Er sieht mich nicht. Nein! Meine! Und da will ich hoch! Sehr schön! Oh nein! 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 Da oben steht schon wieder so ein Sackgesicht. Na klar doch. Ach meine Lieblingsgegner, wie sehr habe ich sie vermisst. Jetzt entgegengesetzte Richtung, das ist aber völlig klar. Ihr Zäcke! Oh! Oh! Was habe ich da gesehen? Vielleicht sollte ich doch ein Element ausrüsten. Eventuell intelligenter. Ne, ne, ne. Wie auch immer ich dich getötet habe, aber egal. Moment. Was ist da oben? Bestimmt ein Secret. Ein Secret! Egal, egal. So. Jetzt geh ich wieder zurück in die normale Welt. Mit normaler Farbe. Wow! Schon ein bisschen ungewohnt, aber egal. So. Das ändert mich jetzt irgendwie an den zweiten Teil. Was ist das? Nein! Der steigt auf eine Rakete. Erinnert mich jetzt an... Ich glaube, er ist an Midman X2, oder? Zero. Sie ist gestartet! Zero, komm nicht näher! Ich muss jetzt reagieren. Dann ist Omega immobil, also ein unbeweglicher. Zero. Ich werde mich reinschleichen und die Rakete stoppen. Achso, ich werde mich reinschleichen, stoppen und die Rakete zerstören. Zero. Das heißt, ich darf wohl nicht gesehen werden? Ne, natürlich. Was ist denn das für ein Scheißteil? Natürlich. Nee, diesmal nicht. Ich glaube, ich werde hier mehr auf den Buster zurückgreifen. Okay, es geht auf. Nee. Wow. Uiuiui. Achso, das ist gar kein... Okay, Brennöfe. Oh, ich dachte schon. So, der ist weg. Da unten fliegt was. Wow! Ich habe mich erschrocken kurz. Ich muss anscheinend schnell durchkommen hier. Okay, nein. Ja. Nein, da hinten. Ach egal. Ich muss leben. Das will ich eigentlich haben. Nein, 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 nein. Nein! Ich gehe schlummt. Nur wegen des Lebens. Nur leben. Fuck. Starte ich wieder ganz oben? Ja, natürlich. Dumm Batz. Ich beeile mich. Das ist, glaube ich, das Intelligenteste, was ich jetzt machen kann. Durchrushen. So. So. Ne. Ich glaube, ich sollte hier durchrushen. Dumm. Diesmal fuck auf das Leben. So. Durch. So, jetzt bin ich hier. Ich kann nicht mehr da oben hin. Nein. Ach egal. Mal. Und ich mit Null Leben. Und keine Cyber-Elves. Zumindest keiner, die mir irgendwie Lebensenergie geben. Mann. Ich werde die Mission verkacken. Baby-Elfen? Es gekommen, der bösere Ploid. Nasty. Ah. Es ist so spät für Englisch. Ah. Ja. Blöde Replay. Sag ich mal. Ich weiß, das heißt nicht. Aber egal. Mama will Mama retten. Ja. Wird Mama retten. Komm nicht in sein. Komm nicht in die Quere. Verschwinde. Wir werden ihn vor dir beschützen. Komm nicht in die Quere. Verschwinde. Muss ich jetzt gegen euch kämpfen? Oh. Hier will ich gegen Babys kämpfen. Nein. Was ist das für eine? Okay. Okay. Dumm. Was ist das für eine? Ach so, dass ich langsamer bin. Ja. Ich stelle mich enorm blöd an. Wow. Hehe. Nein. Ich habe den Zeck. Oh gut. Großpapa wird stolz auf uns sein. Mann. Moment. Nein. Ich darf es schon wieder. Bla 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 bla. Ich habe keine Lust das alles zu hören. Ich will doch nur meine Cyberelfs ausrüsten, bevor ich mich in den Kampf stürze. Das ist eigentlich das einzige, weswegen ich jetzt Restart vom Saved Game gemacht habe. Ich habe keine Lust die ganze Story zu wiederholen. Blablablablablablablablablablablablablablabla Blablablablablablablablablablabla Wo ist das hier mit Speichern? Die Schicken mich gleich hin? Auch ist jetzt so Gray... Wie soll ich das denn schaffen? Ich hab keine Cyber-Elf- İh-Secke ...und ein Leben! Ey.... Das ist doof, Moment, dann mach ich es eben anders, muss ich hier, Moment, was ist denn unten läuft. Dumm, weil hier sind viele Stacheln. Ah, das war gut, das war dafür umso blöder. Ja, wieder eins, ja, halt die Klappe. Achso, jedes Mal, wenn der mich sieht, meint er mir eins um die Ohren hauen zu müssen. Okay, da hast du Feuer. Hast du mal Feuer? Ja, Zero hat immer Feuer. Feuer im Arsch, vielmehr. So, wie gesagt, ich glaube durchrushing ist das und Dirigenteste, was man hier machen kann. Das werde ich jetzt auch so versuchen. Moment, das will ich doch mitnehmen. Oh, da ist auch was. Ich sammle hier viel ein. Das ist ein Vorteil, auf den man immer zurückgreifen kann. So, dann hier hoch und... Moment, was ist da oben überhaupt? Oh Gott, nix. Geil. Du Scheißteil, ich hasse dich. Da unten sind Kristalle für mich. Danke. Und Energie. Sehe ich beides recht gerne. Das waren da oben. Ah, eine Kiste. Wie komme ich da ran? Das war blöde. Vielleicht... Nein, ich will hier durch. Achso, das war die. Genau. Danke. Und durch. Voll chaotisch geht's hier zur Sache. Aber nun gut. Ich bin jetzt wieder bei der Boss-Tür, glaube ich. Hab zwei Leben. Äh, ne, ich bin noch nicht bei der Boss-Tür. Was lau' ich da? Ne, die Rakete, ja. Bla, 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 bla. Die ganze Story wollen wir nicht sehen. Bla, 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 bla. Oh, weiter geht's. Bäm. Und weiter. Ignorier die scheiß Gegner. Blöder Gegner. Ja, die machen auf. Bäm. Jetzt kann ich ihre Eintritt ein. Lieber Herr Zero. Ich trete doch gerne ein. Achso, hey, war das mit Durchrushen, ist das Geilste. War immer aufgeladen sein. Ne. Weil ich weiß, ich bin nicht mit Vollenergie hingegangen. Auf das Leben pfeife ich. Jawohl. Durchgerusht. Bringt ja was. So. 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 Wow. Okay. Ich wüsste, wer welche Schwäche hat. Ja. Haben die überhaupt eine Schwäche? Das ist blöder. Ich habe nicht mal einen E-Tank oder so. Habe ich echt nichts. Mann. Plus 1 zu Schild. Ja, das nützt mir jetzt nichts mehr. Ohne E-Tank schaffe ich das nicht. Mann. Haben die eine Schwäche? Dann versuchen wir mal die Elektrizität. Ich nehme mal an, dass sie keine Schwäche haben. Ja, blö, blö, blö. So. So. Jetzt selbst gleich den mit 1 plus Schild. Elektrizität brennt, glaube ich, nicht so viel. So. Kann der hier die Gegner stunnen? Also die da. Geht das? Wenn ja, wäre es geil. Ne, natürlich nicht. Ich kann das nicht mehr zerstören. So. So. Ach so. Jetzt ändern sie ihre, ihr Muster. So. Wieder das. Ja. Nein. Wenn sie das machen, muss ich ausweichen. Ah, das regt mich voll auf. Also. ... ... ... ... ... Ne, der nicht. Was ist mit dem hier jetzt gemeint? Dass ich 3 Lebenspunkte mehr bekomme oder dass er mir 3 Punkte auffüllt? Ich setze jetzt erst da einen Boss ein. Nur für den Fall der Fälle. Ich habe ja nicht lange bis zu dem hin gebraucht. Jaja, guckt mir ins Gesicht. Ihr nicht. Moment, nochmal. Halt die Klappe. Ja, Kistalle. Kann ich nimmer gebrauchen. Hä? Dumm. Moment, da muss ich wieder runter. Mann! Jetzt seh' ich. Ja, du wieder. Ich spiel grad wie so'n Sack. Na ja, egal. Wird der Lebensenergie? Ne, natürlich nichts. Wird sich der Xie freuen? Ey. Lebensenergie? Ne, natürlich nichts. Wird sich der Xie freuen? Ey. Lebensenergie? Ne, natürlich nichts. Ne. 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 oder oder war es erst hier oben mann ich spiel scheiße mann drecksack ist ja nicht wahr also ist doch wohl wahr so jetzt hier rein da geht es jetzt wieder aus zum shuttle da sieht man doch im hintergrund warum habe ich das zuerst nie bemerkt so und hoch auf zum shuttle ja im text kennen wir alles schon drauf da blablabla blablabla so und 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 jawohl mal aufladen und weiter durch 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 noch mal das ganze ja mit übung ist das spiel eigentlich gar nicht so schwer naja das spiel an sich ist ja eigentlich gar nicht schwer es ist gerade mal mein ich glaube zweiter versuch also nene du packst hier nicht deine waffe raus ich glaube das intelligenteste immer mit aufgelahner waffe herumzulaufen damit ich immer jeden gegner sofort ermorden kann wenn er meinen so eine scheiße machen zu das kreuz da komme ich nie ran ich könnte rankommen aber ich bin zu blöd dafür so